Und nun nimm dir einige Minuten, um dich ganz auf deinen inneren Raum zu fokussieren. Vielleicht ist schon einiges passiert am heutigen Tag. Und auch wenn es Kleinigkeiten gewesen sind, wo bist du heute gedanklich schon überall gewesen? Welche kleine oder größere Reisen hast du heute bereits unternommen? Sieh es einmal so, als hättest du zwei verschiedene Möglichkeiten zu sein, was natürlich nicht stimmt. Aber du kannst es für einen Moment einmal so betrachten. Auf der einen Seite vergisst du, dass du bist. Und du bist einfach. Du bist in der Küche und du tust irgendetwas. Oder du stehst unter der Dusche. Oder du ziehst dich an. Manchmal bist du dir all dessen nicht bewusst. Und während du dir nicht bewusst bist, denkst du die ganze Zeit. Irgendwelche Gedanken ununterbrochen. Oder die Gedanken denken dich. Je nachdem, wie du es betrachtest. Und aus der Perspektive, gerade jetzt, in diesem Moment, kannst du dich dir selbst vorstellen. Du kannst dich selber beobachten, selber sehen und dir vorstellen, wie du unter der Dusche stehst oder frühstückst oder dich anziehst. Wo auch immer du bist, da sind Gedanken. Und aus dieser Perspektive nun kannst du erkennen, wie es die Gedanken sind, die bestimmen, ob du dich gut fühlst oder nicht. Ob du in Frieden bist oder ob alles eher anstrengend und stressvoll ist. Stell dir vor, du tust all diese Dinge und bist ganz sorgenvoll in Bezug auf das, was kommt. Oder du bist beschäftigt mit alten Geschichten oder damit, wie andere sein sollten oder wie sie nicht sein sollten. mach das nur für einen Moment, um zu erhaschen, wie das wäre, wenn du dein ganzes Leben so leben würdest. und dann stell dir vor, so wie jetzt, in diesem Moment, du bist in der Lage, deine Gedanken als Gedanken wahrzunehmen. Du kannst erleben, wie sie kommen, wie sie sich aufhalten und wieder gehen. Du merkst ganz einfach, wie ein Gedanke da ist und du weißt, dass du nicht der Gedanke bist. Du kannst deine Atmung wahrnehmen, vielleicht deinen Herzschlag. Und jetzt, in diesem Moment, ist es nicht so, dass alles in Ordnung ist. Einfach nur in diesem einen Moment. Ohne Gedanken alles in Ordnung. Und damit betrittst du einen inneren Raum, der ganz friedlich ist. in dem du ganz friedlich dich erleben kannst. Und dieser Raum ist immer da. Du trittst manchmal ein und manchmal nicht. Dieser Raum ist immer da und er ist immer nah. Maximal einen Gedanken entfernt. Wenn du willst, betrachte ihn als ein Geschenk, für das du nichts tun musst und auch nichts tun kannst. Das Geschenk ist einfach da und wartet darauf, in Empfang genommen zu werden. das Gute ist, du kannst diesen Raum überall erleben. Du kannst in diesem inneren Raum überall sein. Und wenn du innerlich diesen Raum betreten hast, wie ist es dann wohl, zu frühstücken, zu duschen, dich anzuziehen? In diesem inneren Raum ist es immer friedlich, immer angenehm. irgendwie so ruhig und doch voller Lebendigkeit. Es gibt keinen Grund und keine Notwendigkeit, zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben weniger im Frieden mit dir zu sein, als jetzt in diesem Moment. Und wenn es wieder der Fall sein sollte, findest du zurück in diesen inneren Raum, denn er ist immer nur maximal einen Gedanken entfernt. Auf ganz natürliche Art und Weise lernst du dich immer mehr und immer selbstverständlicher in diesem inneren Raum aufzuhalten. Und sei dir sicher, dein Unbewusstes lernt automatisch, immer mehr in diesem Raum zu sein. Amen. Amen.